Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir auf der Sony PS4. Genau, für die Leute die es noch nicht wissen, Open Mind, der trocken YouTuber und ich sind jetzt beste Freunde und jeder der was gegen Open Mind sagt oder irgendwie ihn beleidigt, der kriegt es mit mir zu tun. So, weil dieser Drogen YouTuber nicht so ist wie die anderen Drogen YouTuber. Nein, er klärt auf, er klärt, er erklärt die Gefahren der bösen, bösen Drogen. Ja, das finde ich gut, das kann nur ein Muslim machen, sowas. Maschallah, Muslim. Ach, Open Mind, du bist echt ein richtiger Muslim. Möge Allah dich beschützen. Für deine tollen Taten, die du tust. Du hast bestimmt schon viele Leben gerettet, weil sonst irgendwelche Kinder sich irgendwie zu viel LSD gespritzt hätten. Danke dafür. So, boah, guck mal. Krasse Scheiße, YouTube Gamescom auf der PS4. So, Promoten, Werbung machen. Ähm, ja, ich bin heute GTA 5 Online und machen jetzt mal ein paar Spielablad, würde ich sagen. Und dafür gehen wir mal nach vorne. Der kriegt jetzt die Rache von YouTube Gamescom zu spüren. Wer kriegt die Rache von YouTube Gamescom zu spüren? Oh, hey, wir können aber auch ein Puff gehen und den Puff alle abknallen. Ich glaube, das machen wir. Wollen wir das machen? Ja, das wollen wir tun. Dann machen wir das. Dann nehmen wir mal los. So, wie sieht's aus mit den Waffen? Also, wir machen jetzt einen Amoklauf im... 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 im Strip Club. Alter Mafibus, hast du das Ohr vergessen oder was? Kannst du nicht schreiben? Ne, das Ohr vergessen. Tut mir leid, da rege ich mich ein bisschen auf. Aber wir können trotzdem natürlich noch einen Amoklauf machen. Ist doch kein Problem. Wir haben doch genug Waffen. Steck aus, du Hund. Ja, ja, ja. Ich näher mich den 3000 Abonnenten. Ich weiß noch nicht, was ich für ein Spezial ich mache. Ähm... Ich überlege wirklich, Open Minds zu besuchen. Kleine Real Life Session zu machen. Einfach... Einfach in Besuchen. Ein bisschen Videos machen, was man so macht. Müssen wir mal schauen. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Strip Club rein. Und bringen alle um. Ob das funktioniert? Kein Problem. Der Typ hat ja eine Knarre. Die Knarre besorgen wir uns jetzt. Pass mal auf. Ey, hier ist YouTube Games.com. Gib mir deine Knarre. Na ja, er hat genug Chancen gehabt. Oh fuck. Oh fuck, ich kriege ihn nicht mehr. Ah fuck, putamadre. Yes. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Ich hab die Pistole. Ego Perspektive. Jawoll. So, jetzt gehen wir rein. Achtung. Hände hoch. Keine Bewegung. Hier ist YouTube Games.com auf der PS4. Oh fuck, warum hab ich jetzt keine Knarre hier? Oh fuck. So, jetzt, zack, zack, zack. Okay, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Ein paar Prozedurierte. Oh, komm her, du Nutte. Ihr habt keine Chance gegen mich. Open Mind hat mich ausgebildet. So. Und die Bullen sind auch nicht weit hier. Oh, oh Gott. Oh, Doppelkill. Alter, Doppelkill. Oh fuck, guck mal. Oh, schönen, oh, schönen Bauchraum. So muss das sein. Und dann nochmal hinterher ein paar Schüsse. Toll. Ja, Leute, so sieht das aus. Das war's auf jeden Fall, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Games.com auf der PlayStation 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich seh nur See you later, Alligator. Und abonniert noch meinen Kumpel Open Mind. Und dann sehen wir uns. Ciao. Open Mind, willst du auch noch was sagen? Hallo Leute, hier ist Open Mind. Wir spielen GTA 5. Yo. Packt das Knaster schon mal ein. Und wir sehen uns auf der Hanfmesse, ihr Schweine. Okay, danke, Open Mind.